Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Terro. Mein Name ist Alena Schütze. Heute möchte ich gerne mit dir deine Monatslegung Mai 2022 mit dir teilen und mal schauen, wie es energetisch bei dir am Start ist, ja, bewusst und unbewusster Natur. Bitte bedenkt, ich rede viel mit eurem Unterbewusstsein, okay? Die Sachen, die mit euch nicht resonieren, sind an euer Unterbewusstsein gerichtet. Die Sachen, die ihr bewusst verändern könnt, wahrnehmen könnt, sind immer für euch als bewusste Energien, gerade, naja, am Start sozusagen, okay? Passt es bitte auf eure Situationen, Altersgruppen, Geschlechtsorientierungen an, gerade die Generation ab 55, 60 Jahren, passt diese Belegung ein bisschen an, okay? Schütze, deine Energien sind heute sehr stark. Es geht vor allen Dingen bei einigen Schützen, um aus einer Dunkelheit herauszukommen, um zurück ins Leben zu finden, Ängste zurückzulassen, ja, die Energien ein bisschen mehr aufleben zu lassen. Das ist das, was ich schon mal spüre. Wir schauen mal. Ja, die Karte des Hohen Gerichtes, schau mal. Die Karte des Hohen Gerichtes in Verbindung mit deinen Energien, ja, zeigt uns wirklich, dass hier für viele Menschen gerade eine Wegweisung im Mai am Start sein wird, wo es darum geht, einen Lernprozess anzugehen, die Seele nochmal ein bisschen in Verbindung mit dir selber zu bringen, aufzupassen, dass, wenn du etwas anfängst, dass es auch zu Ende gebracht wird, hast du vielleicht was mit Papieren, Dokumenten zu tun, ja, Anklagen, Unterhaltszahlungen, alles, wo ein Recht gefordert wird von deiner Seite aus, oder es kann im Mai sogar noch passieren, ist es wichtig, dass du immer in der Klarheit bleibst, dass du alle Unterschriften leistest, ja, dass du immer bei der Wahrheit bleibst, irgendwas kann im Monat Mai schon mal auf dich zukommen, wo es um ein gerechtes Urteil geht, ja. Deine Energien sehe ich im Mai schon mit vielen Benachrichtigungen, mit Gesprächen, mit Selbstanalysen vor allen Dingen. Es kann sein, dass du ab und zu mal in Gedankenkarussellen bist, abgeschlagen, hoch und runter, aber vor allen Dingen diese Phase, diese Machtkämpfe vielleicht auch, diese Dinge, wo du nicht ganz vertraust, dass du da nochmal Licht ins Dunkel bringen sollst. Also deine Energien sind eigentlich sehr schön, weil die Karte des Hohen Gerichtes in Verbindung, wie gesagt, mit deiner jeweiligen Energie ist die Introspektion, das heißt das Erkennen deiner eigenen Situation, egal in welcher Lebenslage, immer bei der Wahrheit zu bleiben, aber auch die Wahrheit anderen Menschen einzufordern. Etwas wird gefordert von dir, wo es um die Ehrlichkeit geht, wo es etwas Emotionales sein kann, aber vor allen Dingen, wo es darum geht, auch auf den Ruf des Lebens, gerade als ältere Generation zu hören, aber auch des Ruf des Lebens, deine Ziele zu verwirklichen, die, egal in welcher Hinsicht, für dich gerade wichtig sein mögen. Also schütze deine Energien, sehe ich schon als sehr positive Energien. Ja, es wird etwas zu Ende gebracht werden, ja, es beginnt schon ein neuer Lebenszyklus für dich im Monat Mai, wo du entweder etwas zurücklässt, ja, wo du entweder vielleicht auch neue Wege gehen möchtest, wo vor allen Dingen, hier sehen wir, du wirst die Möglichkeiten nutzen können, wenn du bereit bist, diese Geschenke, diese Herausforderungen, diese Problematiken, egal womit es zu tun hat, anzugehen, zu durchleuchten und dir dann auch die Möglichkeit geben, eine karmatische Situation zu klären, spirituell bewusst auch vor allen Dingen zu leben und keine Angst zu haben, etwas Neues anzufangen. Ja, die Finanzen, die Liebe vor allen Dingen, der Kopf, das Mentale, das Rechthaberische vielleicht, oder du wirst mit einer Energie konfrontiert werden im Monat Mai, ja, ein Mensch, der sehr mental sein kann, ein Mensch, der schon mal dir vorher geschadet hat oder dir schaden möchte. Es kann aber auch dein eigenes Ego sein, deine eigenen Gedanken, die im Monat Mai immer nochmal auftreten werden, um sie zeigen möchten, hier handeln wir aus dem Kopf heraus, der Kopf ist stärker, was sollen wir mit Gefühlen? Es mag richtig sein für die einen oder anderen, aber hört nicht zu sehr auf euren Kopf, weil ihr verliert sehr viel Klarheit, ihr verliert den Überblick vielleicht auch und ihr könntet den einen oder anderen Fehler machen. Auf der anderen Seite zeigt sich das sehr schön, warum? Wir haben nämlich ein Sternzeichen, eine Energie von, ähm, sag mal schnell, Wassermann, Waage und Zwilling, ja. Das heißt also, diese Energie, dieser Mensch, der sich aufzeigen wird, kann jemand aus der Vergangenheit sein, in der Regel ist aber jemand, der dich schon längst begleitet oder neu auftauchen wird, der dir aus irgendeinem Grunde, wie gesagt, ein paar Probleme bereiten kann, durch dieses Mentale, kann auch mit diesem Gerichtsurteil zu tun haben oder mit einer Behörde oder mit einem Ex-Partner, mit einem zukünftigen Partner vielleicht, der im Monat Mai sich visibel macht, wo es um ein paar Konflikte geht, okay? Macht dir aber nicht zu große Gedanken. In den Finanzen wird es gut hergehen. Die einigen bekommen ein, ähm, eine Auszahlung aus verschiedensten Gründen. Wenn du keine Arbeit hast, solltest du dich auf die Hosenbeine setzen, ja, und im Mai eine Arbeit suchen. Ist es nicht dein Berufszweig aus verschiedensten Gründen, dann suche dir einen anderen Berufszweig. Hauptsache ist, du kommst erstmal zurück ins Flow, in den Feeling, was es heißt, überhaupt wieder berufstätig zu sein, damit du dann auch dementsprechend deine Finanzen regulieren kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Sternzeichen-Schütze bist, der halt nicht arbeitet, wenn du schon Rentner bist, okay, dann heißt es einfach, nutze diese Möglichkeiten, die du gespart hast, um nochmal dir was Schönes zu gönnen oder such dir ein kleines Hobby, aber werde aktiv, ja, auch Orden und deine Finanzen reinzubringen. Heißt, aktiv an sich zu arbeiten, aktiv auch materialistische Ängste zu überwinden. Wenn du einen Traum hast, setze den um, aber vor allen Dingen geht es darum, dunkle Tage, schwierige Zeiten im Monat März, im Monat April, im Monat Mai zurückzulassen, ins Vertrauen zu gehen und wieder Licht ins Dunkle zu bringen, weil hier wird etwas Gerechtes auf dich zukommen. Der Mai wird sehr gerecht zu dir sein. Durch Dinge, die du angehst, aber durch Dinge, die dir Schlechtes getan worden sind oder Dinge, die du vielleicht nicht gut mit dir selber machst. Es kommen viele Sachen ins Gleichgewicht. Dafür darfst du dir die Sachen aber auch wirklich angucken, ja. Also sei ein bisschen achtsam. Hier geht es vor allen Dingen auch darum, auf die Gesundheit zu achten, ja. Es kann sein, dass etwas stagniert, dass im Monat Mai nicht sofort sich was aufzeigt, sondern verspätet kommt. Es kann durchaus sein, dass eine Partnerschaft, ja, die gerade anfängt aufzublühen, nochmal so ein bisschen in die Pause geht, ja, weil ihr beide vielleicht noch nicht ganz bereit seid, ihr Singles in eine neue Partnerschaft zu gehen. Es kann auch sein, dass dieser Partner, dieser zukünftige Mensch, den du kennenlernst oder gerade kennenlernst, noch nicht ganz bereit ist, dich wirklich für dich zu entscheiden aus verschiedensten Gründen. Lege eine Pause ein. Ab dem 12. und 13. März solltest du nochmal ein bisschen zur Ruhe kommen. Der 10. März wird wirklich super toll für dich werden. Der 8. März, Mai, verzeiht, ja. Der 8. Mai wird nochmal ein Monat, wo du wirklich nochmal ein bisschen arbeiten darfst, nochmal einen Kraftaufwand machen darfst, aber dein Einsatz wird auf jeden Fall belohnt werden. Egal, worin du deine Energien investieren wirst, egal, was du zurücklassen wirst, egal, welchen Neuanfang du gehen wirst, ja, egal, was auch immer für dich eine Kreuzung ist, eine Wegweisung ist, eine mal eben durchzustehen, ja, mal eben anzuhalten, mal eben zu überlegen, wird absolut richtig und wichtig sein. Es kann sein, dass du vielleicht am 23. Mai, ja, nochmal aufgefordert wirst, wirklich zu sagen, ja, ich überlege nochmal, was war im Mai alles los und das möchte ich gerne im Juni verändern. Also, es kommen auf jeden Fall Benachrichtigungen auf dich zu, Gespräche auf dich zu, manche werden dir nicht gefallen, die sind aber auch wichtig, um aufzuwachen und manche werden dich total glücklich stimmen, weil du sagst, yes, Honey, das ist der richtige Weg. Der Neubeginn ist da. Ja, Willensstärke wird gefordert, Einsatz wird gefordert, Mut wird gefordert, Bereitschaft wird gefordert. Scheue dich nicht, Gespräche anzugehen, scheue dich nicht, neue berufliche Wege anzugehen, scheue dich nicht, dich mit deinem eigenen Kopf in Verbindung zu setzen, ja, und deine Zone des Komforts zu verlassen. In der Gesundheit läuft alles rund, ja, bis auf die einen oder anderen, die noch ein bisschen abgeschlagen sind, gerade die ältere Generationen. Aber ihr habt hier vor allen Dingen die Möglichkeit, euch nochmal aus einer neuen Sicht neue Wege zu öffnen, die vor allen Dingen auch damit zu tun haben, gehorsam zu sein, okay, anderen Menschen nochmal Werte zu vermitteln, auch nochmal euer Vaterthema anzuschauen, egal in welche Richtung. Es geht auch vor allen Dingen darum, gerecht zu sein zu dir, gerecht zu sein zum Leben, gerecht zu sein zu anderen, dir die Chance zu geben, dich neu zu verlieben, dir einfach nochmal neue Emotionen aufzurufen. Neue Erinnerungen zu kreieren, raus aus Stagnationen, raus aus Ängsten, raus aus trüben Zeiten. Diese Antwort, auf die du wartest, wird sich geben. Dieser Kontakt, auf den du wartest, wird sich auch geben, ja, mit einem Herzensmenschen, mit einem Partner, mit einer beruflichen Situation, mit einem Kreditinstitut, mit was auch immer. Es wird hier zu einer Klärung kommen, dafür bedarf es aber auch, dass du wirklich in die Ordnung gehst, in die Sicherheit gehst. Ja, nicht in den Stasen verfällst, sondern lebe wirklich das, was du zu leben hast. Bist du gesundheitlich angeschlagen, der erste Rat ist, immer zum Arzt zu gehen. Okay? Die Schwangerschaften auch mit Vorsicht genießen. Dreieckskisten können hier für den einen oder anderen ein Thema werden. Muss nicht, kann aber für einige. Ja, wir haben hier alle Elemente dabei. Feuer, Erde, Wasser, Luft. Und in deiner Geburtskarte oder mit Menschen, die sich dir zeigen werden. Singles, wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, aber es wird von dir auch gefordert, bereit zu sein, auch in eine Partnerschaft zu gehen, bereit zu sein, die Vergangenheit zurückzulassen, bereit zu sein, dich auch erstmal scheiden zu lassen, bevor du jemand anderes in deinen neuen Lebensabschnitt lässt, ohne halt ein Karma zu kreieren oder ein neues Karma zu kreieren. Deine Legung ist schön, weil wir haben zwiegespaltene Schützen, ja. Die einen sind voll im Flow, ab nach vorne. Die anderen beginnen einen neuen Lebenszyklus, weil sie dann gearbeitet haben, weil sie sich trauen, weil sie einfach mutig sind. Die anderen stagnieren noch so ein bisschen. Alles darf zu deinem Zeitrhythmus kommen, macht dir also gar keine Gedanken. Okay? Diese selbstaufgesetzte Gefangenschaft, diese Unterwürfigkeit, diese vielleicht auch Vaterthemen, ja, diese Ungerechtigkeiten, die du vielleicht intern spüren könntest, sind einfach wichtig und nützlich und dienlich, um einfach diesen Fehler zu erkennen, den du vielleicht in der Vergangenheit gemacht hast und jetzt nicht mehr zuzulassen. Erkennst du diesen Knoten, ja, und du entwickelst dich wirklich in einen Schützen, der kreativ ist, der ein Lehrer ist, der ein Meister ist, der sehr freundlich ist, der sehr hilfsbereit ist, der seinen eigenen Wert erkennt oder ihren eigenen Wert erkennt, wirst du sehen, wie sich die Dinge hier auf einmal komplett ändern. Was hast du schon gelernt im Leben, ja? Wie sind deine Moralitäten? Wie siehst du deine Finanzen generell? Wo möchtest du morgen stehen? Also viele Fragen, die du beantwortet bekommen möchtest von dir selber, viele Fragen, die du beantwortet bekommst von anderen Menschen. Ich sehe hier einen Schützen, der in Harmonie kommen wird nach einer Anfangsschwierigkeit, einen Schützen, der eine Liebesgeschichte leben wird, die vom Schicksal bestimmt ist, kann eine Seelenkonnexion sein, kann eine karmatische Situation sein, aber hier geht es darum, zeige deine Intelligenz, bringe frischen Wind in dein Leben wieder rein, kümmere dich auch um dein spirituelles Wohlergehen, nicht den Kopf nur die Überhand lassen, ja, sondern auch das Herz, die Seele, alles im Einklang zu bringen und du wirst sehen, dass diese Baustellen, die sich im April und Mai zeigen werden oder schon gezeigt haben, wichtig sind, um aus diesem Zyklus zu lernen und dann nach vorne zu schreiben. Partnerschaften, es gibt einige, die in Scheidung leben, ja, wo es auch um Kindesunterhalt geht, Kindeserziehung, ähm, Sorgerecht vielleicht auch, für die anderen geht es um die Enkelkinderchen wieder, einmal, okay, aber die Partnerschaften haben gute Chancen, im Monat Mai aus einer Stagnation herauszukommen, nochmal an dieser Partnerschaft zu arbeiten, ja, weil das Leben möchte euch einfach zusammenhalten für die Partnerschaften, die ein bisschen durch den Kakao gehen, aber zum Schluss Ende Mai werden sich viele Sachen richten, sei nicht so starrsinnig, lasse deinen Partner, deine Partnerin sich auch erklären, ja, und genauso gut umgekehrt, ihr habt hier wirklich tolle Aussichten, um diese Partnerschaft nochmal ans Leben zu rufen, alle Machtkämpfe rauszulassen, alle Egos rauszulassen, von Herz zu Herz eine Kommunikation zu führen und dann zu entscheiden, wo eure Reise euch hinführen soll, okay, also wie gesagt, der 9. wird nochmal so ein holpriger Tag, der 5. wirst du wieder ins Bewusstsein kommen, aber ab dem 13., 14., 15. geht es wirklich dann wieder in den richtigen Flow, das kannst du alles schon vorher haben, aber es kommt drauf an, wie mutig bist du, ja, wie gehst du mit deinen Ängsten um, wie erkennst du eine Situation, was möchtest du wirklich, von wem darfst du dich schützen, von wem möchtest du dich schützen vor allen Dingen, schau mal, harte Arbeit zahlt sich aus, was ich dir am Anfang schon gesagt habe, raus aus dunklen Zeiten, raus aus deinen Ängsten, okay, bringe Licht ins Dunkel, gehe auch alles an, was mit Papieren, Dokumenten, Unterlagen zu tun hat, wenn es für dich noch nicht resoniert, wird es dann im Monat Mai kommen, kommen Dinge aus meiner Legung verzögert, ist es, weil etwas noch nicht ganz bereit ist, in dir oder um dich herum, aber der Neuanfang, der Triumph, der Erfolg, diese Stabilität, die Sicherheit, die Harmonie, ja, das Loslassen von alten Gewohnheiten, das Loslassen von alten Sachen, die Integration zu dir selber, wird wirklich ausschlaggebend sein, wie du den Monat Mai erleben wirst. Jemand kommt aus der Vergangenheit zurück, ein Problem aus der Vergangenheit, etwas aus der Vergangenheit, möchte sich nochmal zeigen, schaue es dir an, verabschiede diese Sachen, du wirst für alles eine Lösung finden, in der Ruhe liegt die Kraft, bewusst, ja, zu entscheiden, ein Happy End steht für die Schützengeborene am Start, Wassermann ist sehr markiert hier vor allen Dingen, ja, Widder, Löwe und Schütze vor allen Dingen sehr markant, und vor allen Dingen Wassermann, Zwilling, und was war das, Wassermann, Zwilling und Waage sind auch eine Energie, die dich begleiten werden aus verschiedensten Gründen. Die Zahl 9, die Zahl 18, die Zahl 23, die Zahl 19, 35, 38, 37, die 1, die 8, die 13, und die 43, 56, 68 können vielleicht für den einen oder anderen von Bedeutung sein. Traue dich also, Schütze, diese Problematiken, ja, anzugehen, traue dich, deine Ängste zu überstehen, traue dich auch, eine Liebeserklärung zu machen, traue dich auch wirklich mal, Nein zu sagen, traue wirklich, dass diese Energie, die im Pfad kommen werden, aus irgendeinem Grunde sich zeigen dürfen, um dann im richtigen Moment zu agieren. Es wird eine Herausforderung werden, ja, aber die wird sich lohnen, immer und dann, wenn du die richtige Entscheidung triffst. Deine Energien kommen wieder im Pfad, Licht kommt wieder in dein Leben, raus aus der Dunkelheit, aber es wird von dir gefordert, dass du am Ball bleibst, okay, und dass du vertraust. Schütze, wir schauen jetzt mal, welche Buchstaben für den einen oder anderen von Bedeutung sein können, noch extremer, aus welchen Gründen auch immer. Okay, wir schauen einfach mal, schau mal. Der Buchstabe E, W und M, das Q, J, O, C und D. Passe diese Buchstaben an, worauf auch immer es für dich wichtig ist. Sei gerecht zu dir, hab ein gerechtes Urteil, lebe deinen Traum, Träume brauchen einen Plan, Stier wird auch sehr markant sein hier, aus welchen Gründen auch immer, der Skorpion will sich auch gerade nochmal zeigen, also du siehst, es wird eine aufregende Geschichte im Monat Mai, viele Power-Energien. Willst du mehr wissen, schreib mich an für eine private Legung, eine zielorientierte Therapie. Ich habe noch sechs Termine frei für den Mai, also schreib mich einfach an. Sonntags 19 Uhr starten wir unsere Live-Chat, wo du anhand eines super Chats auch deine Fragen beantwortet bekommst. Hab also keine Angst, geh die Sachen an. Dann auch anhand deiner Kommentare kriegst du von mir eine zeitnahe Antwort. Also kommentiere, schau dir auch die Videos an, ja, mit den Sternzeichen, Aszendenten, Sonnen im Mond, wo du halt einfach noch ein bisschen mehr resonieren kannst und lass es einfach auf dich zukommen, ja. Denk dran, meine Legungen sind auch sehr viel für euer Unterbewusstsein, damit es schon mal anfängt zu wirken und sich schon mal darauf vorzubereiten, was da gerade im Argen ist, um es dir visibel zu machen, damit viele Sachen einfach einfacher werden, ja. Gerne like meinen Kanal, gerne abonniere meinen Kanal, gerne teile auch meinen Kanal, ja, die Videos, die dir Spaß machen, die dich interessieren, Glöckchen drücke, weil Benachrichtigungen kommen manchmal nicht an. Ich wünsche dir einen wunderschönen Monat. Denk dran, ja, geh durch alle Schattenseiten, sei gerecht zu dir selber, lass Gerechtigkeit walten und du wirst sehen, sobald du aus deiner Zone des Komforts rauskommst, werden sich viele Dinge sichtbar machen, einfacher gestalten und du wirst viel mehr durchatmen können und viel mehr Lebensfreude haben. Schütze, ich wünsche dir alles Liebe. Wir hören uns. Bye.